Mit dem mobilen Data Reporting System von Martha Software wird die Tipparbeit im Büro überflüssig. Was glauben Sie vielleicht nicht? Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit wenigen Klicks schnell ans Ziel kommen. Auf den fünf Lastwagen der Firma NPS Rotkreuz wurden bis vor zwei Jahren monatlich 1000 Lieferscheine von Hand ausgefüllt. Sandra Bucher hat sie von Hand sortiert, in den Computer eingetippt und abgerechnet. Heute erfassen die Chauffeure die Daten direkt auf dem Lastwagen elektronisch. Täglich werden die Rapporte ans Büro gesendet und die neuen Fahraufträge abgeholt. Die monatliche Verarbeitung der Rapporte dauerte früher mehrere Tage. Heute ist die gleiche Aufgabe in wenigen Stunden erledigt. Zur Kontrolle werden Masttiere durch Provimi Cliba SA regelmäßig gewogen. Bisher wurden die Wägungen von Hand aufgeschrieben und anschließend am Computer eingetippt und ausgewertet. Die heutige Waage ist mit unserem mobilen Data Reporting System ausgerüstet. Der Wegevorgang wird bis zur Auswertung voll elektronisch abgewickelt. Eindeutige und fehlerfreie Identifikation der Tiere. Sofortiger Ausdruck des Wegeprotokolls. Automatische Gewichtsübernahme. Aktualisierung der Tierliste. Nach der Datenübermittlung steht eine detaillierte Einzeltierauswertung auf dem Internet zur Verfügung. Was früher mehrere Tage dauerte, steht heute in der kürzester Zeit zur Verfügung. Unser mobiles Data Reporting System lässt sich leicht in bestehende Systeme integrieren. Lassen Sie sich begeistern, wie Sie unnötige Tipparbeit in Ihrem Betrieb wegrationalisieren. Wir versprechen Ihnen daraus echten Gewinn. Sie vermeiden Fehler. Sie erhöhen Ihre Geschwindigkeit. Sie sparen Kosten und wertvolle Zeit. Und nicht zuletzt macht es Riesenspaß.